Hallo an alle, hiermit möchte ich bekannt geben, dass ich als Profibox-Trainer einen Boxer bzw. einen Interessenten suche, der Profiboxer werden will, den ich unter Vertrag nehmen werde, womit ich auch sein Manager werde, zur Qualifikation des Boxers, den ich unter Vertrag nehmen werde, Weil ich es vorhabe, den Boxer von Null auf aufzubauen und für seine kontinuierliche boxerische Entwicklung zu sorgen, sprich Entwicklung der Technik und der Schlagkraft, was ihn zufolge als Konsequenz zu Weltmeister machen wird, ist es mir recht, dass derjenige kein Talent und überhaupt kein boxerisches Können bzw. boxerische Erfahrung hat. Was für mich zählt, ist das Alter des Boxers, einen passenden Körper für einen Boxer und die richtige Einstellung zum Boxen. Zum Alter des Boxers Da man in Deutschland mit Einverständnis der Eltern schon mit 16 Jahren Profiboxer werden darf und ich ihn, wie schon erwähnt, sowieso von Null auf aufbauen werde, gilt es, je jünger, desto besser, womit man auch Boxgeschichte schreiben kann. Zum Körper des Boxers Der Körper des Boxers sollte sportlich und proportional gegenüber einer gewissen Klasse sein. Zur Einstellung des Boxers zum Boxen bzw. was er als Boxer mitzubringen hat, damit ich ihn unter Vertrag nehme, ist, der Wille und der Ehrgeiz mit Profiboxen vieles zu erreichen. Dass er Disziplin mitbringen muss, versteht sich von alleine. Dennoch erwähne ich es, damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Weitere Einstellung zum Boxen Boxen ist ein Sport, der von Angst beherrscht wird. Entweder man hat Angst als Boxer oder man verbreitet Angst als Boxer. Ich werde denjenigen, den ich unter Vertrag nehme, lernen, Angst zu verbreiten. Daher sollte er von der Einstellung her keine Hemmungen haben, es auch zu tun. Interessenten können sich bei mir über meine Seite www.stumpfchampionsproduction.de bewerben. Macht's gut!